Es war sehr emotional. Vor allem im ersten Satz waren wir immer wieder mal drüber raus und dann wieder hinten rein. Und dann sind auch recht schnell die Nerven gekommen und haben dann diesen Satz ganz knapp noch verloren. Irgendwie 26, 24 oder so. Oder sogar noch höher. Und dann beim zweiten Satz hat es recht ähnlich gestartet. Den konnten wir dann für uns entscheiden. Und beim dritten und vierten Satz war dann auch schlusslich nicht klar. Wir haben das Spiel von Iona gegen Lausanne gesehen. Auf dem zweiten S am Tag. Da hat Lausanne nicht wirklich gut gespielt und hat Iona gewinnen können. Eigentlich haben wir von Anfang an gedacht, dass wir, wenn wir ins Finale kommen, gegen Lausanne treten. Und jetzt sind wir eigentlich recht überrascht gewesen. Aber umso schöner auf der Trainer gewesen. Wir spielen wieder hier aus dieser Halle. Es ist sehr cool hier zu spielen. Wir sind letztens schon da gewesen und haben leider verloren. Aber ich freue mich sehr. Gute Service und eine stabile Annahme. Und darum können wir hier anrufen.